Fußball-Dieter-Zo, Das Grid kommt hier vom lieben Luke und Alter, Bochum und Besiktasch. Dann fange ich an mit Bochum und DFB, Goretzka. Bayern, DFB, Kimmich einfach. Ich gehe rein mit Barcelona, DFB, Ter Stegen. Ich glaube, bei uns ist es jetzt eher so, wir dodgen einfach die Felder, die wir nicht wissen. Das ist richtig. Ja, komm, Bayern, Besiktasch, Gomez. Ja gut, Bayern, Manchester City, Cancelo. Bochum, Manchester City, da muss man sich ja auch eigentlich was bei gedacht haben, ne? Also die ersten zwei, die mir in den Kopf gehen bei City, das ist Ortega. Soweit ich weiß, war der bei 1860, Bielefeld. Gündogan war bei Dortmund und Nürnberg und auch nicht bei Bochum. Ich mache einfach Barca, City, Torres, also Ferran, Torres. Barcelona, Besiktas, Pjanic. Bochum, Besiktas. Griechen haben auch eine History, in die türkische Liga zu gehen. Oh, Theophanis Gekas. Ich versuche es aber trotzdem mit Tutu. Auch wenn er bei Arsenal gewesen ist, vielleicht hat er ja Manchester City Vergangenheit. Ey Leute, wir sagen euch ganz ehrlich, wir kriegen glaube ich beide Felder oben nicht mehr zu. Es gibt bestimmt Leute, schreibt es in die Kommentare.